Wagwan ladies and gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Julian Pennant, MMA-Profi und ich habe heute einen sehr besonderen Gast zu Besuch, und zwar den Wesley Howard. Wesley ist Drehbuchautor und Regisseur, richtig. Auch ehemaliger Profi-Kampfsportler, auch im MMA. Da haben wir uns tatsächlich lustigerweise auch damals kennengelernt, bis auf die Matte gekommen und wir haben uns gegenseitig ins Gesicht versucht zu hauen und versucht uns gegenseitig die Arme zu brechen. Daraus ist dann eine Freundschaft entstanden und seitdem verfolgen wir unsere Karrieren quasi, sage ich mal, so ein bisschen so simultan. Und deswegen, weil ich halt auch so ein bisschen was von deiner Geschichte weiß, wo du herkommst und was du so in deinem Leben erlebt hast, dachte ich mir, du passt hier definitiv perfekt in mein Format rein und wollte mich deswegen auch sehr gerne mit dir unterhalten. Aber bevor wir dazu kommen, kannst du dich erstmal ganz kurz selber vorstellen. Ja, mein Name ist Wesley Howard, wie du schon gesagt hast. Ich bin, ja, du hast ja schon alles gesagt im Endeffekt. Also ich habe früher Kampfsport gemacht, war Kampfsportprofi, bin dadurch aber auch oft vor die Kamera gekommen. Ich habe oft Regisseure für so Marshall-Arts-B-Movies immer gecastet und so und dann irgendwann dachte ich, ich muss meine eigenen Geschichten schreiben und inzwischen produziere ich Filme und führe auch Regie bei Filmen. Aber nicht nur Kampfsportfilme, also überhaupt gar keine Kampfsportfilme eigentlich mehr, sondern mehr Drama oder ja, eigentlich verschiedene Genres. Also bist du da so ein bisschen so flexibel, was du machst? Ja, es ist auch so mit der Filmauswahl, die ich habe. Also wenn Leute mich fragen, welches Genre mir am besten gefällt, sage ich, gute Filme. Also es ist egal, in welchem Genre, wenn der Film mich packt und wenn er gut ist, dann kommt es auch wirklich gar nicht mehr darauf an, sondern es kommt mehr auf die Figuren an. Wir hatten ja jetzt gestern schon so ein kleines Vorgespräch am Telefon gehabt. Ich versuche ja immer, meine Gäste so ein kleines bisschen zu briefen. So, hey, pass auf, das wird kein Interview, ein Dialog, wir wollen uns miteinander unterhalten. Und du hast, und das wusste ich vorher schon, aber dann hast du so ein paar kleine Sachen schon blicken lassen, wo ich meinte so, hey, halt, das müssen wir für den Podcast aufbehalten. Hast du dennoch ein sehr bewegtes Leben hinter dir? Du bist ja heutzutage auch zweifacher einfacher Vater. Einfacher, ja. Richtig, auch einen erwachsenen Sohn mittlerweile schon. Und hast dementsprechend halt auch dahingehend schon sehr viele Dinge erlebt. Und bist genauso wie ich, das ist so die Gemeinsamkeit bei uns, nicht nur Kampfsportler, sondern auch ein Kind migrantischer Eltern. Also Dunkelhäute, ich glaube, war das bei deinen Eltern so eine weiß, eine schwarz? Die Mom ist deutsch, weiß und mein Vater schwarz, ja. Genau, das ist bei mir genauso. Deutsch und Englisch, schrägstrich Jamaikanisch. Deswegen habe ich diesen Karamellton. Jetzt gerade ein bisschen heller, weil keine Sonne scheint. Wagwan, genau. Und du bist in Deutschland geboren und aufgewachsen? Ja. Richtig. In Bayreuth. In Bayreuth. In der gefährlichsten Stadt Deutschlands. Nein, Deutschland. Bayreuth ist eine sehr kleine Stadt im Süden. In Franken, um genau zu sein. Aber diese Stadt hat so ein bisschen zwei Gesichter. Die ist sehr nah an der tschechischen Grenze und dadurch schwappen da sehr viele Drogen auch rüber und so weiter und beeinflusst die Jugend dort sehr stark. Deine Jugend auch? Meine Jugend auch, ja. Zu der Zeit vor allem wussten wir auch noch gar nicht, was da so auf uns zukommt. Also Crystal Merv Umschlagsplatz Nummer eins, glaube ich, aktuell noch in Deutschland sogar. Oder wobei, wir wurden, glaube ich, überholt. Ist auch nicht so, worauf man stolz sein kann. Ja, wir sind Nummer eins. Hey, zumindest eine Sache Nummer eins. Du weißt ja, ne. Ne, ist ja nach außen hin bekannt. Mir hat es Festspielstaat, Richard Wagnerstaat, Unistaat. Versucht auch immer so das Bild so ein bisschen zu behalten, die Stadt natürlich. Aber im Kern ist es leider, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen verdorben, so auch teilweise. Und deswegen bin ich da auch weggezogen dann. Was denkst du, woran das liegt? Ja, wie gesagt, also sehr nah an der tschechischen Grenze. Dadurch sind viele Drogen leicht erhältlich gewesen. Also vor allem Crystal Merv ist da sehr früh schon rübergeschwappt und hat, ja, die Leute sehr schnell süchtig gemacht. Teilweise auch mich, also was heißt teilweise, also auch mich hat es eine Zeit lang erwischt, wie es so 18, 19, 20, so, ja, doch eine recht lange Zeit mit diesen Drogen zu tun gehabt. Würdest du im Nachhinein behaupten, dass du versucht hast, vor irgendwas zu flüchten oder versucht hast, irgendwie die Realität so ein bisschen verschwimmen zu lassen durch Konsum? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also natürlich ist es auch Neugier, also eine ganze Zeit lang war es einfach, ja, Freunde haben es gemacht, man sieht, die sind gut drauf und haben immer Spaß irgendwie. Und man selbst, ich habe lange mich gewährt dagegen, weil ich das leider aus näherem Umfeld schon kannte. Also aus näherer Verwandtschaft, sage ich jetzt auch mal, ohne jetzt großen Namen zu nennen oder so. Aber ich habe auch die Nachteile schon gesehen, aber dann haben Freunde halt irgendwie doch angefangen und immer mehr gemacht. Und dann irgendwann dachte ich so, ja, scheiße, ich will nicht, man will kein Außenseiter sein, man will ja dazugehören irgendwo. Und dann habe ich halt da mitgemacht und ja, bin auch gut auf die Schnauze gefallen, einige Male. Ich wollte gerade sagen, so, irgendwann, Konsum kennen ja die meisten Leute heutzutage, ob es jetzt Alkoholkonsum, Nikotinkonsum oder am Ende des Tages hat auch Drogenkonsum, Cannabis etc. Kommt man trotzdem irgendwann an den Punkt, wo man sagt, das funktioniert nicht mehr oder das ist zumindest nicht das, was mir gut tut. Wann kam der Punkt für dich als Jugendliche, du warst ja sehr jung, wo du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt, weil es die anderen machen und weil es mir Spaß macht. Weil es Drogen geben einem halt auch eine gewisse Art von Joy für eine Zeit. Aber wo kam der Punkt, wo du gesagt hast, okay, what the fuck mache ich hier gerade? Ja, der Punkt kam eigentlich schon relativ bald, also zumindest, ich habe immer recht schnell reflektieren können schon. Aber es gab einen Zeitpunkt, wo es wirklich schlimm war, da hatte ich irgendwie über 20 Kilo Gewicht verloren, hatte meine damalige feste Freundin verloren, hatte mein Zuhause verloren, meine Eltern haben mich rausgeschmissen. Ich habe dann sozusagen quasi auf der Straße gelebt, also bei Freunden in Kellern gepennt oder bei denen, je nachdem wie die Eltern halt gerade drauf waren. Und habe mich so durchgeschlagen, immer so von Essen zu Essen und von Lein zu Lein, so auch ein bisschen. Und dann wusste ich irgendwann, nachdem ich mal so einen kleinen Zusammenbruch dann hatte, drei Tage wach gewesen oder so, dann wusste ich so, scheiße, ich muss was ändern. Und das war aber noch nicht der Punkt, wo ich es geschafft habe. Es hat noch ein bisschen gedauert, aber zumindest hat da schon mal die erste Reflexion stattgefunden, wo ich wusste, so kann ich nicht weitermachen. Und ja, ich habe auch stark, also viel gekifft, jeden Tag gekifft und so, also jetzt nicht irgendwie so ab und zu mal, sondern wirklich jeden Tag hardcore und halt mein ganzes Geld auch dafür ausgegeben und so. Ja, und dann irgendwann habe ich meine damalige Freundin kennengelernt und die ist dann schwanger geworden und das war nochmal ein großer Antrieb, dann da rauszukommen. Weil ich mir immer geschworen hatte, wenn ich mal Kinder habe, werde ich das auf gar keinen Fall mehr machen. Und das hat aber immer noch gedauert, weil das Drogen halt nicht so einfach geht. Das ist nicht so einfach, wenn man das immer denkt. Es ist ganz oft dann immer so, ja hör doch einfach auf oder mach doch einfach so und so. Es ist ganz oft, verstehen viele Leute nicht, dass man ja Drogensucht so ein bisschen auch in seinem Leben implementiert halt so. Das ist dann fester Bestandteil deines Seins. Ganz viele Leute sind dann auch so, dass sie sagen, okay, wenn ich nicht kiffe, bin ich nicht ich selbst. Wenn ich nicht trinke, bin ich nicht ich selbst. Hast du das in der Art und Weise irgendwie dann auch erlebt, dass du nicht du selbst sein konntest dann? Oder war es einfach wirklich so dieses Suchtverlangen, wo du gesagt hast, ey, es wird einfach nicht weniger und es ist schwieriger für mich, das einfach auszuhalten? Ja, es ist so ein Ablauf ein bisschen mit integriert. Man steht früh auf, man zieht sich eine Bon rein und dann beginnt der Tag schon mal chillig. Und dann, wenn man Spaß haben will, ist man aber dann zu träge dazu, also um irgendwie rauszugehen oder so, dann muss man wieder was nehmen, was halt aufputscht. Und das war halt dann wirklich Teil Gewohnheit dann, sage ich mal. Also aber schon so eine Gewohnheit, dass man es halt sehr oft gemacht hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie krass, ja, das ist ein böser Begriff, aber ich hätte mich jetzt nicht als Junkie oder so bezeichnet, aber schon so, dass ich halt das in meinen Ablauf wirklich fest integriert hatte. Würdest du sagen, dass diese Zeit dich bis heute geprägt hat? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Es sind auch immer noch Nachwehen da, muss ich zugeben. Also ich bin auch immer noch ab und zu wieder in Therapie, also phasenweise immer in Therapie, weil ich noch teilweise noch Panikstörungen habe, Angststörungen habe, die auch dadurch entstanden sind. Und die halt immer wieder kommen, wenn mein Körper, sage ich mal, wenn ich zu sehr in irgendeine Sucht reinkomme, tatsächlich. Also es ist ein Abwehrmechanismus, der aber ein bisschen zu hoch, also einen starken Alarm aussendet. Hast du deswegen mit dem Kaffeetrinken aufgehört? Auch zum Beispiel. Auch zum Beispiel, das ist krass. Also ich habe da oft drüber gelesen, dass bestimmte Drogen halt bestimmte Krankheiten oder seelische Krankheiten auslösen können bei Menschen. Da habe ich einen Beitrag gesehen über einen Schizophrenen letztens, der gesagt hat, das hat angefangen, als er dann auch Crystal, glaube ich, genommen hat. Und er meinte dann irgendwie, das erste Mal war cool, das zweite Mal war Bombe und beim dritten Mal haben die Stimmen auf einmal angefangen. Ganz oft ist es ja so, dass man das auch irgendwie in sich drin hat, so bestimmte, diese ganzen Paniksachen, die hast du ja irgendwo in deinem Körper drin. Und das wird halt durch diese Drogenkanz ausgelöst werden, weil dein Körper einfach zu viel von etwas bekommt, was eigentlich da nicht hingehört. Dennoch weiß ich aber auch, dass diese Drogensucht, diese Phase, wo du halt dich auch ein bisschen von deinen Freunden und deiner Familie oder die sich von dir abgewendet haben, es da noch nicht aufgehört hat. Also du meinst ja gerade so, hey, als deine Freundin damals schwanger war, so, neuer Lebensabschnitt, dein Kind kommt, neuer Lebensabschnitt. Aber es hat sich noch nicht so viel geändert, hast du gesagt, richtig? Ja, es hat noch ein bisschen gedauert. Also das ist natürlich ein Prozess, man versucht es dann immer wieder und versucht es immer wieder. Und auch natürlich viele Leute um meinen rum, die haben sich schon lustig gemacht, weil ich wieder gesagt habe, so, ich höre auf, ich werde jetzt, ab jetzt rauche ich nicht mehr, ab jetzt kiffe ich nicht mehr, ab jetzt trinke ich nicht mehr. War auch dann irgendwann später auch noch Alkohol ein Thema. Und man ist halt doch immer wieder rückfällig geworden und die Leute haben mich irgendwann nicht mehr ernst genommen. Aber ich habe halt trotzdem immer wieder weitergemacht und für mich selbst in meinem Kopf war es so, ich werde es trotzdem schaffen, ich werde es trotzdem schaffen, ich werde es schaffen, ich werde es schaffen. Und dann war einfach mir irgendwann klar, dass ich mich von den Leuten trennen muss. Also von vielen Leuten, von vielen wirklich auch guten Freunden, wo ich einfach wusste, dass wir uns gegenseitig nicht gut tun. Also nicht bloß, ich will nicht sagen, dass sie schlechten Einflüsse auf mich hatten, sondern ich muss sagen, wir haben uns gegenseitig immer wieder hochgeputscht und diese Gruppendynamik, die manchmal entstanden ist. Und ich bin mit einigen noch immer noch im Kontakt und auch immer noch sehr gut. Also die werden auch immer in meinem Leben bleiben, aber es gibt ganz viele auch, wo ich gesagt habe, so gar keinen Kontakt mehr. Irgendwann geht es halt auch einfach nicht mehr. Wir hatten jetzt letztens, hatte ich ja Harris hier und da hatten wir genau darüber gesprochen, dass du halt irgendwann einfach Leute aus deinem Leben streichen musst und andere Leute dich auch aus ihrem Leben streichen müssen. Ich habe in der Vergangenheit oft ein Problem damit gehabt, wenn, du kennst das bestimmt, Freunde verschwinden auf einmal einfach. Nicht im Sinne von, die sind weg und für immer Dings, sondern die brechen den Kontakt mit dir ab wegen diverser Gründe. Und man versteht das dann nicht und ist dann so, vor allem als Jugendlicher, habe ich auch damals gesagt, okay, warum will der nicht mit mir chillen, was ist das, was soll das? Wahrscheinlich habe ich ihm zu dem Zeitpunkt einfach nicht gut getan und andersrum genauso. Also es gibt halt bestimmte Freundeskreise oder bestimmte Kreise, in denen ich mich umgetrieben habe als Jugendlicher, wo ich sage, hey, ich bin froh, dass ich mich davon abgenabelt habe, weil das hätte in meinem Leben nochmal eine ganz andere böse Richtung halt gezogen und so weiter. Weil, wie du schon sagst, und es ist dieses gegenseitige Befeuern, wir haben ja eigentlich kein Drogenproblem, wir kiffen ja nur ab und zu. Jetzt sitzen wir aber trotzdem irgendwie seit fucking drei Jahren jedes Wochenende zusammen auf der Couch und rauchen eine Bon nach der anderen und so weiter. Ich habe kein Problem mit Drogen, aber ich habe eins ohne. Genau, das ist ja das Ding. Gleich und gleich gesellt sich gern, das ist ja ganz oft halt der Fall. Und wenn du dich halt so ein bisschen umguckst in deinem Kreis, also das kann jeder mal machen, guck dich mal in deinem Kreis um, was für Leute hast du um dich rum und so weiter. Man sagt ja auch immer so gerne so, ich schaue mir deine Freunde an und ich sage dir, wer du bist. Und so blöd wie diese Floskeln immer klingen, ist es ja wirklich so. Trotzdem bist du irgendwann an den Punkt gekommen und auch relativ jung, auch mit dem Kind bekommen und so weiter, dass du gesagt hast, okay, ich muss mich von diesen Leuten absetzen, weil die tun mir nicht mehr gut. Wie, also hast du dann neue Freundschaften aufgebaut oder bist du einfach in eine komplett andere Richtung gegangen? Naja, es hat sich ein bisschen so entwickelt. Also, ja, ich würde auch nicht sagen, also bei mir jetzt so dieser ganz enge Kern, die Jungs, die haben eigentlich alle so den Sprung auch ein bisschen geschafft, aber außenrum hatten wir noch ganz viele, die schlechten Einfluss auf uns hatten. Also wir waren so vier, fünf Jungs, die so inmitten in diesem Ganzen versucht haben, schon ein bisschen immer anders zu denken und so. Und die haben auch alle so ihren Weg gemacht, wir gehen halt trotzdem jeder seinen Weg so ein bisschen. Wie du sagst, dieses gegenseitige Befeuern halt immer da war. Ähm, aber, ähm, wo war ich jetzt? Jetzt habe ich den Faden verloren. Was war die Frage? Ähm, ich habe die Frage... Scheiße. Nein, äh, die Frage war... Was war die Frage? Da schläft er einfach. Nee, nee, ich sehe ihn da schon ab und zu mal lachen. Nee, nee, ähm, die Frage war gewesen, in welche Richtung du dann gegangen bist, nachdem du den Kontakt mit diesen falschen Leuten abgebrochen hast? Achso, ja. Ähm, ich bin, dadurch, dass ich dann Ausbildung angefangen habe sowieso, dann hat man Arbeit dann... Als was? Als Sport- und Fitnesskaufmann damals. Also ich habe mehrere Ausbildungen natürlich angefangen, wieder abgebrochen, dann bin ich in den Knast gekommen, dann war ich erstmal eine Zeit lang im Knast, dann bin ich da wieder rausgekommen. Okay, stopp, 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 stopp. Äh, ja, ich wurde schnell durch. So schnell in meinem Leben war ich verdammt. Funktioniert nicht, Digga, das hast du gestern am Telefon schon kurz gesagt und jetzt hast du es beiläufig erwähnt. Und ich war schon so, wann kriege ich diese Geschichte rausgefischt? Ähm, ja, bevor du die Ausbildung begonnen hast quasi, oder war das noch die Phase deiner Sucht, in der du ins Gefängnis gekommen bist? Das war vor der Ausbildung, ja, ich habe meine Ausbildung, also meine Ausbildung, die ich zu Ende gebracht habe, ich habe mehrere Ausbildungen, wie gesagt, angefangen, aber die, die ich zu Ende gebracht habe, war, habe ich erst mit 23 angefangen. Ähm, was heißt erst? Es ist nie zu spät, ne, für eine Ausbildung, aber da halt die meisten schon mit 16, 17 irgendwie ihre Ausbildung machen, war es halt trotzdem noch schon komisch. Ja, klar. Bin dann schon Vater. Bist dann der Älteste in der Berufsschule und so. Bin dann der Älteste in der Berufsschule und so, das war ein bisschen weird, aber die Knastgeschichte war auf jeden Fall davor noch so. Und, ähm, das war einfach, weil halt, äh, ja, viel Beschaffungskriminalität, Schlägereien, äh, ich habe so das ganze klischeehafte Straßending mit durchgemacht, so, und, ähm, ja, habe dann auch meine Rechnung dafür gezahlt, also mehrfach ab und zu mal Jugendarreste am Anfang und dann irgendwann auch mal Erwachsenenhaft, war auch nicht so lange, es war ein halbes Jahr oder so, aber das hat mir gereicht, um zu sagen, so eigentlich jeder Tag da drin ist verschwendet, jeder einzelne Tag da drin. Ähm, ist einfach, an dem Tag, was weiß ich, kannst du vielleicht den Job deines Lebens finden oder, äh, den Menschen deines Lebens oder wie auch immer so. Du verschwendest einfach nur Zeit da drin und das, das hat mir schon zum Nachdenken gegeben. Und dann habe ich gesagt, das wird mir definitiv nicht normal passieren. Also wir wissen ja alle, dass, ähm, Resozialisierung nach dem Gefängnis etwas ist, was jetzt nicht so sonderlich gut funktioniert. Würdest du dennoch sagen, dass dir der Gefängnisaufenthalt geholfen hat für dein heutiges Leben? Auf jeden Fall, aber nur, weil ich selbst schon diese Einstellung hatte, dass es mir helfen wird. Also wenn man reingeht und, oder jemanden reinsteckt und hofft, dass der einfach Resozialisierter wieder rauskommt, das kann man vergessen, das funktioniert nicht, weil der muss die Einstellung schon haben. Da muss auch im Knast, du kannst ja entweder im Knast Leute treffen, mit denen du die nächste Bande gründest quasi und wieder das nächste organisierte Verbrechen machst oder du lernst Leute kennen, die auch sich bessern wollen und schließt dich denen an. Also es ist die Entscheidung eines einzelnen Menschen. Das war bei mir halt auch eher so die positive Richtung. Ich habe versucht zu trainieren, keine Drogen. Das war schon mal für mich super gut. Es gab regelmäßig Essen. Ich hatte einen meiner besten Freunde noch drin, der hat sich extra verlegen lassen. Wir haben uns dort getroffen, wir haben uns gefreut darüber, dass wir… Zusammensitzen. Ja, wir mussten immer durch so eine Scheibe sprechen, da war ein anderer Trakt so. Aber wir haben uns trotzdem gegenseitig gepusht und motiviert und halt auch gesagt, wir wussten, dass es uns gut tut, weil wir davor beide obdachlos waren und halt nur Scheiße gebaut haben. Auf der Straße machst du dann nur Scheiße, obdachlos. Ja, klar so. Eine Sache, die mich da sehr interessiert ist, dadurch, dass wir hautton-technisch in der gleichen Liga spielen ungefähr, würde ich sagen. Ganz kurz, bei mir war das halt immer, ich habe immer so ein bisschen so ein Identitätsproblem gehabt als Jugendlicher. Gerade wenn du halt in einer Neighborhood groß wirst, wo du einer der einzigen deinesgleichen halt bist. Und diese Identitätskrise hat mich dazu gebracht, Dinge zu machen, die nicht gut waren gegenüber anderen Menschen. Dinge zu machen, die nicht in Ordnung waren dem Gesetz gegenüber zum Beispiel. Und auch in einem vorigen Podcast hatten wir darüber gesprochen, bestimmte Klischees erfüllen zu wollen. So nach dem Motto, so ey, der Julien, der Dunkelhäutige, ja dies und das und der ist immer so und so. Und dass ich irgendwann an dem Punkt war mit 16, 17, 18, so, wisst ihr was, Alter, ja Mann. Ihr kriegt jetzt genau das, was ihr von mir erwartet. Und habe im Endeffekt mir natürlich mehr Schaden damit verursacht, als denen zu zeigen, irgendwie so, ja, jetzt habt ihr halt den Salat, das interessiert die doch nicht. Hast du das ähnlich erlebt? 100 Prozent. Das war genau das Gleiche. Ich wurde eigentlich von klein auf schon immer so ein bisschen ausgegrenzt natürlich, weil, also man muss sich vorstellen, ja, so, es war, es ist wirklich hautton-technisch sogar schon unterschieden worden. Ich hatte noch einen sehr guten Freund wie ich jung war, der war ein bisschen heller als ich und hatte größere Locken. Und die Kids haben dann wortwörtlich so gesagt, so, okay, mit dir spielen wir, weil du hast schönere Haare als er und mit dir nicht. So, so krass war das. Also, ich komme aus einer kleinen Stadt, musst dir überlegen, so in Bayern halt. Also, es war nochmal ein bisschen anders. Da war nicht ganz so gemischt. Also, zu meiner Jugend noch war ich der, nee, wir waren zu zweit, zwei Schwarze auf der ganzen Schule so. Und das ist dann dadurch auch so, hat sich natürlich das so ein bisschen verselbstständigt, dass ich dann irgendwann nicht mehr dazugehören wollte, sondern so mein eigenes Ding dann gemacht habe. Okay, dann fickt euch. Wenn ihr mit mir nichts zu tun haben wollt, will ich auch mit euch nichts zu tun haben. Und dann habe ich das auch so ein bisschen erfüllt, dieses Klischee. Und die Schublade, in die ich reingesteckt wurde, habe ich dann quasi ausgefüllt. Genau, das ist tatsächlich, also lustigerweise mit vielen Leuten, die das Gleiche halt haben oder die gleich aussehen wie wir, ist ganz oft dieselbe Geschichte. Dass man halt irgendwie nach Zugehörigkeit sucht, würde ich immer sagen. Weil, auch wenn man das immer versucht, so ein bisschen so abschweifen zu lassen und so weiter, es gibt trotzdem dieses Schwarz und Weiß. Und in bestimmten Gemeinden oder in bestimmten Orten und so weiter ist es halt auch nach wie vor irgendwie, ich würde nicht sagen, sehr stark getrennt. Danach habe ich als Kind auch sehr oft erlebt, zu sagen, nee, nicht mit dem spielen, weil der ist schmutzig, der hat schmutzige Haut oder was auch immer und so weiter. Und dadurch wurdest du schon als kleines Kind und als Baby, wurdest du schon ausgegrenzt und hast halt so dieses Ausgrenzungsgefühl, habe ich auch in meinem Erwachsenenalter mitgenommen. Auch wenn ich heute nicht mehr ansatzweise so bin wie früher, gibt es diese Momente, in denen irgendwas passiert oder irgendjemand in meine Richtung reagiert und ich sofort denke, okay, das macht der wegen meiner Hautfarbe. Obwohl das tatsächlich gar nicht der Fall ist. Aber ich spule mich sofort in diese Situation, in diese, ich will nicht sagen Opfermentalität, aber ich spule mich sehr oft in diesen Punkt halt zurück und dann fühlt sich das halt sehr, ist ein sehr bekanntes Gefühl, das man dann auf einmal bekommt im Erwachsenenalter. Nun hast du ja schon gesagt, bist du ja, sage ich mal, einen sehr holprigen Weg gegangen und hast eine, würde ich sagen, sehr negative Attitüde an den Tag gelegt, die sich aber im Gefängnis schon zum Gegenteil geäußert hat. Du hast schon gesagt, ey, ich will so nicht weitermachen, ich will mein Leben ändern. Du hast mit deinem Freund, den du dort getroffen hast, ja auch gesprochen, ey, wir wollen was anderes. Wie war der Ablauf für dich? Ich meine, du hast danach ja dann diese Ausbildung gemacht und so weiter, aber bist du rausgekommen und warst so, okay, mein Leben fängt jetzt hier von zero an und ich habe jetzt nochmal eine Chance? Also ich sage mal so, als ich rauskam, das Erste war erstmal feiern und dann wieder Absturz und dann nochmal, das war nicht ganz so einfach. Also ich sage nur, dass die Mentalität schon da war, die war eigentlich fast schon durchgehend da, weil ich das als Kind eben so viel Negatives erlebt habe, vor allem durch Alkohol auch, dass ich eigentlich immer diese Einstellung hatte, ich will das nicht machen, ich will lieber Sport machen, ich will Kampfsport machen. Kampfsport hat mich, die Kung-Fu-Filme früher und so, diese Mentalität aus dem Buddhismus, die da so ein bisschen immer durchgekommen ist, das war so mein Ding und das wollte ich immer ausleben, aber ich habe es halt nie geschafft, weil es so schwer war. Also ich habe es geschafft, aber es hat viel länger gedauert, als ich wollte. Es hat noch ein paar Jahre gedauert, bis ich dann so wirklich rauskam aus dem ganzen Kreislauf, sage ich mal, diese Selbstzerstörung auch, die Gedanken, das Sprechen, man hat ja auch einen ganz anderen Slang. Also jetzt ist es ja normal, wenn man so Digga und so ein bisschen Bro und so sagt, aber es war auch so, ich habe im Fitnessstudio gearbeitet, in einem höheren, also für die Betuchteren. Für die etwas Betuchten, ja. In so einem, ja, wo es mehr so um Gesundheit, Gesundheitszentrum und so ging und da musste ich dann mit den Leuten sprechen und meine Chefin hat mir dann beigebracht, wie ich mich mit den Leuten richtig artikuliere und so. Also es war dann schon auch so ein großer Lernprozess noch. Alles, was auch an Schulbildung gefehlt hat, erstmal nachholen, wieder Bücher lesen, so mit 23 mein erstes Buch gelesen, so. Und das ist ein langer Weg, den viele da nicht sehen. Also viele haben dann immer gesagt, ja, du hast deine Freundin, du hast Glück gehabt, dass die Freundin dir geholfen hat oder was weiß ich. Die haben den Berg dahinter nicht erkannt, wie schwer es war wirklich. Ist halt immer, ich sage es ganz gerne, ist immer eine Momentaufnahme. Das ist halt so, die Leute kennen dich nicht, die Leute kennen mich nicht und die meisten Leute da draußen wirst du auch nie kennenlernen. Dennoch, ich habe das letztens mit meiner Freundin über die Straße gelaufen und dann war, nee Quatsch, wir sind vom Flughafen gekommen und dann ist da eine Mutter und hinter ihr sind ihre zwei kleinen Kinder und die kleinen Kinder sind so hinter ihr so abgefallen und laufen halt alleine den Flughafen so lang. Und die Mutter ist halt vorne, so zehn Meter vor den Kindern, auf ihrem Handy und macht irgendwas mit dem Telefon. Und dann sagt meine Freundin, du sagst, ey, tolle Mutter, die interessiert sich für alles in ihrem Telefon, aber nicht für ihre Kinder. Und dann war ich so, okay, Vorsicht, ich versuche nämlich gerade Sachen auch anders zu denken, als ich es vorher gemacht habe, Vorsicht, das ist eine Momentaufnahme, die du gerade siehst. Du weißt nicht, ob sie jetzt gerade die letzten drei Stunden ihre Kinder so um sich hatte und sich um die gekümmert hat und jetzt gerade wirklich was Wichtiges auf dem Telefon zu tun hat und die Kinder trotzdem im Blick hat, was sie da hinten machen. Nur weil wir diese eine Sekunde von ihr sehen, in der sie eine schlechte Mutter ist, heißt nicht, dass sie eine schlechte Mutter ist. Und das gleiche ja bei dir auch, sondern man sieht halt dieses, ja, du hast eine Freundin gehabt, ja, Digga, aber dafür war alles andere scheiße. Du siehst, du ziehst, pickst dir gerade das eine Positive raus, um zu legitimisieren, dass ich es einfacher hatte als du. Absolut, absolut. Das ist ja das, was viele Leute versuchen immer zu machen. Die versuchen immer zu sagen, ja, der hat es viel einfacher. Ja. Wissen wir ja gar nicht. Das sind Urteile, die schnell entstehen können, durch diese Momentaufnahme. Genau. Da muss man aufpassen, dass man da nicht auch selbst reintritt, öfter mal in diese Falle. Aber ich denke, dass man dann damit mittlerweile so, sind wir in einem Alter, wo man auch selbst aware oder selbstbewusst sein, das Bewusstsein für sich selbst hat, das halt dann auch zu checken. Also ganz oft ist das so, wie gesagt, wir sind alle nicht davor gefreit, nach wie vor negative Dinge zu sagen oder zu denken. Wichtig ist, nur checkst du dich manchmal auch so. Wenn du zum Beispiel schlecht über jemanden denkst oder mal einen Kommentar über jemanden ablässt und dann kurz innehältst und sagst, warum mache ich das gerade so? Was soll das? Das ist zum Beispiel eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass ich halt manchmal so negative Wut in meinem Bauch hatte über bestimmte Situationen und Sachen. Und dann habe ich mir aber gesagt, das bringt doch nichts. Das ändert doch nichts an deren Leben oder an meinem Leben. Also doch an meinem schonen, weil es macht mich negativer. Und das will ich halt einfach nicht mehr sein. Was natürlich auch ein wichtiger Faktor ist, ist natürlich dann letztendlich nicht nur die Schwangerschaft, sondern die Geburt deines Sohnes. Wie hat die Geburt deines Sohnes deine Sichtweise auf die Welt verändert? Oder allgemein, wie hat dein Sohn deine Welt verändert? Ich möchte fast sagen zu 100 Prozent, aber natürlich habe ich, man muss sich selbst auch einen Teil natürlich zusprechen und sagen, meine Einstellung war schon immer, wenn ich mein Vater werde, dann werde ich mein Leben auch in den Griff kriegen, dann werde ich auch was ändern. Und als er auf die Welt kam, muss ich sagen, er bedankt sich oft bei mir, dass ich ihm viel beibringe oder wie auch immer so, aber ich muss sagen, er war mein Lehrer. Da kann ich ein gutes Beispiel nennen. Ich war mit ihm spazieren, das war gerade zu einer Zeit, wo ich glaube ich wieder kein Zuhause hatte. Also beim Vater gelebt, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war dann halt immer so, mein Vater hat auch bloß eine Einzimmerwohnung gehabt, der hat mich dann wieder aufgenommen, wir müssen vertragen und so. Aber da kannst du halt nicht abhängen oder so. Das ist einfach zu klein. Und da wusste ich immer nicht, was ich mit meinem Sohn machen soll. Dann habe ich ihn und oftmals auch, also ich sage mal meinen Ziehsohn, er hat noch einen Halbbruder, einen größeren. Oftmals bin ich mit denen spazieren gegangen, war mit denen unterwegs, dann einfach so ein bisschen wie bei dem Film Pursuit of Happiness, wie weißt du, ob du den kennst? Auch so einfach dann Fantasiespiele gemacht, so komm, wir laufen jetzt durch den Wald und haben uns da Sachen dazu ausgedacht und so, weil wir halt kein Geld hatten, um irgendwie auf irgendwelche, jetzt gehe ich mal in eine Wohnung zu gehen oder ein Kino zu sehen oder so was. Kino ging dann vielleicht einmal im Monat, wenn überhaupt oder so, halt immer so probiert, irgendwas Cooles draus zu machen. Auf jeden Fall hatte ich da eine Situation, wo ich dann nur mit meinem Sohn unterwegs war und dann habe ich mir wieder ein Spiel überlegt und ich meinte zu ihm so, komm, wir tauschen mal Rollen. Du bist jetzt der Vater und ich bin der Sohn und dann überlegst du dir, weil er wieder ein bisschen quengelig war und manchmal war es auch blöd für ihn. Wir laufen die ganze Zeit nur durch die Gegend, es war arschkalt im Winter und wollte halt irgendwas machen und dann meine ich so, okay, wir tauschen jetzt Rollen, du bist der Vater und ich bin der Sohn. Und dann habe ich versucht, ihm so zu zeigen, wie er sich gerade benimmt. Und ich dachte so, jetzt quengel ich auch so rum und jetzt zeige ich ihm so und dann höre ich, wie er zu mir sagt, komm jetzt, komm, komm und zieht mich so, los, los, wir gehen jetzt weiter und so und er zieht so und er sieht so, es geht mir immer noch so krass den Rücken runter, wenn ich darüber nachdenke, dass er mich so wahrnimmt. Und ich denke so, oh mein Gott, dieser Frust auch, den ich hatte durch die Trennung von seiner Mutter dann, also das war dann nach der Trennung schon, das habe ich glaube ich jetzt irgendwie ausgelassen, aber wir hatten schon relativ bald eine Trennung, weil wir einfach noch viel zu junge Eltern waren und das alles noch einfach nicht gepasst hat so und da habe ich ihn halt immer abgeholt und war dann so am Anfang noch täglich und dann halt wochenendmäßig immer abgeholt. Ja und das war auf jeden Fall eine große Lektion, auch so eine Reflexion, wo ich einfach so viel schon da von ihm gelernt habe, was bin ich für ein Vater, was will ich für ein Vater sein, was will ich für ein Mensch sein, dann wenn man es noch ein bisschen weiter spinnt, das Ganze und alles was ich tue, wird er irgendwann spiegeln. Also er wird so wie ich es jetzt bin. Also muss ich aufpassen auf meine Schritte. Richtig. Dadurch habe ich wirklich immer mehr auf mich geachtet. Also ich habe dann auch geraucht und so und habe mich immer versteckt, das hat er natürlich auch gecheckt, hat er immer geschimpft mit mir, weil ich dann stinkend aus dem Badezimmer oder von der Ecke oder was kam. Und ja, wie gesagt, mein größter Lehrer war mein Sohn. Das ist eine These, die ganz viele Leute sagen. Mal sagen so, ey, mein Kind hat mir mehr beigebracht, als ich ihm beigebracht habe. Und das ist Kindern ja so nicht bewusst, weil Kinder sind ja einfach im Aufwachsen, die versuchen Sachen rauszufinden, zu lernen und so weiter. Und vor allem halt von ihren Vorbildern zu lernen, die Eltern halt in dem Moment halt einfach nur mal sind. Und ich denke, dass jeder sagt, der irgendwie angehender Vater ist oder junger Vaters oder Vater werden will, dass er sagt, ey, ich möchte ein Vorbild für mein Kind sein und so weiter. Und dass dieser Moment halt kam, wo dein Sohn dich so wahrgenommen und wiedergespiegelt hat, also quasi dich gespiegelt hat, finde ich halt ein sehr bemerkenswerter Moment, weil du das anscheinend ja nicht so gesehen hast. Ja, ich habe das gar nicht realisiert, wie ich auf ihn wirke und wie ich bin. Und in dem Moment war mir dann klar, scheiße, so will ich eigentlich nicht sein. Ich will auch auf ihn eingehen können. Ich will ihn auch respektieren als Mensch. Das ist nicht einfach nur ein Kind, das ich jetzt irgendwie mitschleppen muss, weil ich mich irgendwie darum kümmern muss, sondern das ist mein Sohn. Und ich will das, so meine, nicht Regen-Kennation will ich nicht sagen, das ist ein eigener Mensch, aber trotzdem nimmt er das auf, was ich ihm gebe. Und er wächst so wie eine Pflanze, die ich wässere. Und versuche ich das beste Wasser zu nehmen, das ich kriege. War das auch der Grund, warum du dann gesagt hast, okay, ich krempel jetzt alles um und du hast die Sport- und Fitnesskaufmann-Ausbildung gemacht, richtig? Das ist ja die, die du fertig gemacht hast. Dann hast du ja in diesem Bereich auch gearbeitet und sage ich mal dein Geld verdient. Und dann kam bei dir eine Sportkarriere hinzu. Dann war ja so, du warst schon immer irgendwie Martial-Arts-Fan und hast dann mit dem MMA-Sport direkt angefangen oder war das andere Kampfsport? Nein, ich habe in der Ausbildung einen Karate-Trainer kennengelernt und der hat mich dann zu einem Karate-Studio gebracht. In diesem Karate-Studio unten drunter war eine Wing Chun Schule und ich war immer schon noch durch die alten Kung-Fu-Filme so, eigentlich Karate ist nicht so, weil das sind die Japaner, ich will mehr bei den Chinesen. Also ich war so Bruce Lee-Fan und Jackie Chan noch so zu meiner Zeit. Das kennt ihr junge Leute gar nicht mehr. Wahrscheinlich nicht. Also ich denke nicht, dass jetzt junge Leute sich den Podcast anhören, aber die werden wahrscheinlich sich auch sagen, so, what? Ja, egal. Auf jeden Fall, die alten Vorbilder, das sind so wie die Anime-Vorbilder von heute sozusagen für uns gewesen. Das werden die verstehen. Genau. Und ja, auf jeden Fall wollte ich eher immer Kung-Fu machen und bin dann zum Kung-Fu gekommen. Die haben glücklicherweise auch Brazilian Jiu-Jitsu angeboten. Das war ein Trainer, der das halt einfach auch zusätzlich noch gemacht hat, war Purple Belt oder so. Und dann bin ich zum Jiu-Jitsu gekommen und das hat mich komplett geflasht. Jiu-Jitsu war so, okay, das erste Mal, wo ich auch wirklich kämpfen kann, wo ich Aggressionen rauslassen kann, wo ich kontrolliert Aggressionen rauslassen kann und was auch wirklich hilft, was wirklich sinnvoll ist. Natürlich am Anfang noch so dieses Straßending schon noch so. Ich will mich nicht mehr, auf der Straße habe ich auch mich oft geprügelt und bin aber auch oft aufs Maul gekommen und dann dachte ich so, jetzt dann nicht mehr, aber dann wächst man ja da raus und denkt sich dann so. Richtig. Das ist nämlich das, was ich immer dazu sage, ist halt, aus welcher Motivation man mit dem Kampfsport anfängt, ist bei jedem eine andere. Aber wo wir alle herkommen, ist relativ ähnlich. Also wenn du mit Sportlern, die halt länger den Sport halt gemacht haben, sprichst, dann ist es oft aus einem inneren Wunsch heraus, stärker zu sein, sich verteidigen zu können, gesehen zu werden und so weiter. Das sind auch die Punkte gewesen, warum ich auch mit dem Sport angefangen habe. Das war jetzt nicht irgendwie so, ich habe mich hier und da geprügelt, jetzt nicht ganz so oft, aber ich war so, ey, wenn ich mich aber prügele, dann will ich, dass die Leute das nie wieder sich trauen zu machen. Und wer sind die brutalsten und angsteinflößenden Menschen auf diesem Planeten? MMA-Fighter. Also vor allem so diese ganze Pride-Schule und so weiter, One Daily Silver und so weiter, hat mir diese ganzen Videos angeguckt, Soccer-Kicks, dies, das, jenes und ich war so, Alter, wenn ich das kann, dann macht mich nie wieder in meinem ganzen Leben jemand dumm an. Ich sage das immer wieder, die Leute, hast du schon mal erzählt? Aber genau das ist es halt dann am Ende des Tages auch. Und dann lernst du diese Sportart und dann geht das weg. Je besser du wirst, desto mehr geht das weg, weil du dann irgendwie merkst, okay, ich kann mich, ich kann jetzt boxen, ich kann jetzt kickboxen, ich kann jetzt Jiu-Jitsu, ich kann jetzt ringen und ich bin eigentlich im Gym, ich will nicht sagen unantastbar, aber wenn sich jetzt jemand mit mir boxen würde und ich darauf eingestellt bin, dann kann der diesen Kampf gar nicht mehr gewinnen. Aber diesen Schritt geht man ja dann gar nicht mehr. Hast du auch festgestellt, dass dich weniger Leute anmachen? Viel weniger. Ja. Ich habe immer gedacht, das hatte was mit meiner Ausstrahlung vielleicht zu tun, einfach weil man auch so ein bisschen selbstsicher, mit ein bisschen gehoben nach der Brust. Wenn man sich verteidigen kann, wenn man Kampfsport kann, ich glaube, das gibt einem eine ganz andere Art von Confidence, die Leute bemerken. Absolut. Das ist ja auch so, dass wenn du den ganzen Tag negativ durch die Welt gehst und die Leute so anguckst, dann ziehst du ja auch nur diese Leute an. 100 Prozent. Das Ding so, je toxischer du bist, desto toxischer wird dein Partner, den du findest. Und das Umfeld auch. Also es ist auch, in den Club reinzugehen und dann, man setzt ja dann, wenn man nichts kann, sag ich mal, eher mal einen schlechten, bösen Blick auf, einfach nur, um die Leute schon im Vornherein ein bisschen abschrecken zu wollen. Was aber dann eigentlich das Gegenteil bewirkt und man provoziert eigentlich dadurch erst die Leute. Richtig. Dann dadurch entstehen auch mehr solche Situationen, weil man auch ständig damit beschäftigt ist. Bei mir habe ich dann auch später festgestellt, mich schaut überhaupt niemand mehr böse an, weil ich gehe mit einem Grinsen durch den Club. So mir ist es, also so, ich gehe schon lange nicht mehr in den Club, aber damals noch so, am Anfang meiner Kampfsportkarriere, so war ich schon öfter mal auch Türsteher noch, so hast du ja auch gemacht. Und die Leute, wenn sie jetzt nicht völlig betrunken sind oder nicht völlig komplett Banane sind, eigentlich lassen einen die meisten in Ruhe. Und das war eigentlich ein schönes Gefühl auch so. Ja, safe. Also das Ding ist halt einerseits immer so, okay, du bist jetzt groß, breit, tätowiert, kannst Kampfsporten und so weiter und so ein bisschen Schutzpanzer aufgebaut. Sag doch immer so gerne so harte Schale, weicher Kern. Ist bei mir definitiv der Fall. Bei dir gehe ich davon aus, auf jeden Fall auch. Der Bär. Wenn ich immer wieder der Teddybär. Kann ein gefährlicher Bär sein, sieht aber knuffig aus. Genau, genau. Aber halt nicht mehr so oft oder nicht mehr so gerne gefährlich. Also das Ding ist halt immer so, für mich war immer wichtig, ich will gefährlich sein und ich will gefährlich sein können, wenn ich es muss, aber ich will es eigentlich gar nicht mehr sein. Heutzutage bin ich so, ich bin jetzt 30, ich habe schon ein paar Sachen erlebt, Profikämpfe etc. Und ich bin so, ich brauche den Stress nicht mehr. Ich will mich auf mich konzentrieren und mein Ding machen. Ich will nicht irgendwie demjenigen was Schlechtes wünschen müssen oder denjenigen böse angucken und dem zeigen, dass ich der größere und stärkere Typ bin. Das macht halt gar keinen Sinn. Dennoch ist natürlich so, die Parallele, die da bei uns ist, ist ja der Sport definitiv auch, dass du dich irgendwann dazu entschieden hast, Kämpfe zu machen. Und einen Kampf zu machen ist so eine Grenzüberschreitung, sage ich immer ganz gerne, die jeden Sportler irgendwann erwartet, wenn er lange genug den Sport halt macht. Also wenn du Kampfsport anfängst, ist nicht jeder gleich, ja ich will mal einen Kampf machen. Aber wenn du sechs Monate, ein Jahr lang Kampfsport durchgängig machst, wird der Punkt kommen, wo du dir denkst, vielleicht mache ich mal einen Kampf. Was war deine Motivation? Ja, es war auch Neugier einfach, zu wissen, wo man steht gerade. Ich habe mit Grappling-Turnieren, oder? Ja doch, ich habe mit Grappling-Turnieren angefangen, wollte da erstmal wissen und habe da halt meine ersten Erfahrungen gemacht und das war schon sehr interessant und vor allem habe ich auch gemerkt, fuck, das ist auch, das ist auch ein Kampf, das ist gar nicht mal so. Die ersten natürlich verloren, gegen Leichtgewichte teilweise, in der Open Class da manchmal gekämpft und dann gegen sehr gute Leichtgewichte auch verloren und so und dann denkst du so, scheiße, ich kann eigentlich gar nichts. Und dann will man es halt doch immer wieder wissen. Und bei MMA war es so, ich war ja, ich habe ja so spät angefangen, ich war ja dann erst, das war ja so am Ende meiner Ausbildung, sei es 27, 28, wie ich erst so reingekommen bin, dann erst mit dem Wing Chun angefangen, das ist ja nur geholfen, hat ein bisschen reinzukommen, aber kein Kampfsport ist so an sich und dann Jiu-Jitsu und dann irgendwann zu einer MMA-Schule nach Nürnberg gezogen, da war ich dann aber schon 30, glaube ich, oder 29, 30 sowas. Und da hören ja viele schon wieder auf mit ihrer Karriere, so und da war ich dann so, soll ich noch oder soll ich nicht? Okay, ich mache einen Kampf, einen Amateur-Kampf will ich machen. Einfach nur um es von der… Einfach nur um zu wissen, ja, einfach für das Gefühl auch und vielleicht auch mir was zu beweisen natürlich so ein bisschen und ein paar coole Fotos für Facebook zu haben oder so, keine Ahnung. Ja, und dann war der erste Kampf, dann habe ich den gewonnen und dann war es so blutgeleckt, ja, so scheiße. Die Trainer so, ja, wenn du willst, können wir noch einen machen. Ich muss dazu sagen, ich habe bei meinem allerersten Kampf tatsächlich einen Rückzieher gemacht. Hast du Angst gehabt? Ja, ja, absolut. Ich habe einfach einem Kampf zugesagt, der aber auch ein Profikampf war. Ich hatte noch gar keine Ahnung, ich habe mich… Wie hieß das? Outsiders-Cup? Outsider-Cup, ja, ja. War das Profi oder war das… Natürlich, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe beim Outsider-Cup nie gekämpft, aber ich kenne das mit dem Begriff. Ja, ja, es war ja damals so, das ist ewig her. Es gab ja fast nichts, wo du kämpfen konntest damals. 12, 12, 13 Jahre her, so, ja. Genau, und Outsider-Cup lief halt immer. Dann habe ich mich einfach mal angemeldet. Ich muss zugeben, ich war einer dieser Penner, die dann einen Tag vorher abgesagt haben, weil mein Trainer mich so zusammengeschissen hat. Ich habe mich einfach angemeldet, ich habe meinem Trainer nichts gesagt. Ich fordere einfach hin, ich kämpfe. Mein Trainer so, bist du bescheuert? Ja. Was machst du nicht? Und was soll der Scheiß und so? Und warum sagst du mir nicht Bescheid? Und du hast keine Vorbereitung, gar nichts. Und dann habe ich abgesagt, einfach so, richtig assig. Und dann musste ich natürlich was beweisen und dann danach dann meinen ersten Kampf gemacht. Das Ding ist ja auch immer, dass durchs Kämpfen, also durch den Sport allein, Leistungssport, lernst du dich selbst richtig gut kennen. Du lernst, wo sind deine Grenzen, wo sind deine Boundaries auch. Was kann ich, was kann ich nicht. Du musst damit klarkommen, zu verlieren. Du musst mit dem Druck klarkommen, zu gewinnen. Du musst damit klarkommen, dass deine Familie zuguckt. Und das alles pipa-poke, spielt das alles da rein. Und ich hatte immer das Gefühl, dass Kämpfe mich für mein Leben immer so ein Stück vorwärts gebracht haben. Also sei es, dass ich die gewonnen habe oder sei es, ob ich die verloren habe. Und ich habe immer eine Lehre daraus ziehen können. Ob es jetzt war, dass ich einen Kampf gewonnen habe oder meine ersten Profikämpfe gewonnen habe und alle auf einmal meine Freunde waren so. Und alle waren, ey, ich habe schon immer an dich geglaubt. Und dann hast du das erste Mal verloren und die Einzigen, die dich anrufen, sind deine Schwester und deine Mutter. Und dann gewinnst du die nächsten zwei Kämpfe wieder und auf einmal sind alle wieder am Start. Und dann verlierst du den Kampf wieder, boom, alle wieder weg. Immer wieder kommen aus der Versenkung die Leute so, ja, ich wusste, ich habe schon immer nicht geglaubt. Bro, seit drei Jahren hast du mir nicht einmal geschrieben. Jetzt habe ich gerade dreimal gewonnen und du, keine Ahnung, riechst wieder Blut oder whatever. So, keine Ahnung. Dennoch war es für mich immer so, ey, ich habe das zur Selbstverwirklichung gemacht mit dem Kampfsport. Es hat mir etwas gegeben, was ich in meinem normalen Leben einfach nicht bekommen habe. Einerseits akzeptiert zu werden und gleich zu sein, weil in so einem Gym alle sind gleich. Andererseits mir auch meinen Respekt zu holen, den ich glaubte, verdient zu haben. Ich war immer der Meinung, ich werde nicht genug respektiert, ich werde nicht genug respektiert. Also war das mein Weg, mir meinen Respekt zu holen. Ja. Türsteher, machst Türsteher, dann machst du Kampfsport, wirst Profikampfsportler, boom, die Leute haben Respekt vor dir. Parallelen zu dir? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist, ja, du hast ja vorhin auch angesprochen mit diesem ausgeschlossen, sich ausgeschlossen fühlen vom Kleinen auf, das habe ich auch mit dem bisschen erwachsenen Alter mitgetragen. Und ich habe da das erste Mal das Gefühl gehabt, irgendwo wirklich dazuzugehören und auch Leute zu haben, die ähnlich gepolt sind wie ich, egal woher die kommen, egal welche Hautfarbe, es ist wirklich alles gleich, wie du sagst. Und natürlich war es dann auch noch ein bisschen besser, als man dann die ersten Kämpfe gewonnen hat. Man hat Respekt von anderen gewonnen, man hat aber auch Respekt für sich selbst gewonnen. Und man hat auch gemerkt, wenn ich das erste Mal in meinem Leben, wenn ich wirklich hart an etwas arbeite, dann kann ich das erreichen, egal was es ist. Vor allem, weil ich ja schon im Alter war, wo ich, wie gesagt, die meisten ja schon wieder aufhören mit Kampfsport, dachte ich so, geil. Ich habe mir bewiesen quasi, dass ich es trotzdem noch kann. Ich mache noch einen Amateur-Kampf, dann noch einen. Und dann bin ich ja tatsächlich auch noch in den Profibereich gegangen. Dann später, nicht mehr ganz so erfolgreich wie im Amateurbereich, aber trotzdem noch meine Profikämpfe gemacht. Und ja, habe viel, sehr viel daraus gelernt. Und ziehe bis heute, auch jetzt in dem Bereich, wo ich jetzt arbeite, ganz, ganz, ganz viel aus dem Kampfsport noch. Zum Beispiel? Ich weiß nicht, ob du es noch kennst, als du das erste Mal in der Side-Control, also von unten lagst, und jemand, ein Side-Control für die Zuschauer kurz, ist eine Position, wo jemand auf dir drauf liegt und du kommst einfach nicht raus. Der liegt so, du liegst unten, er liegt drauf und er hat eine Position, so quer drauf wie ein Kreuz und er hat dich so fest im Griff, dass du nichts machen kannst. Du liegst auf dem Rücken und du bist nur so ein Käfer auf dem Rücken, der einfach nichts machen kann. Und diese Situation war für mich immer so, ist für jeden sehr unangenehm. Das ist, sagt man auch im Jiu-Jitsu, sind die Sachen, die einen breaken, wo du mental dann denkst, so scheiße, wenn du gerade anfängst, wieso? Ich kann nichts. Ich dachte immer, ich bin der große King auf der Straße, keine Ahnung, ich war nichts einfach. Ich war so ein Käfer und irgend so ein 30 Kilo leichterer Typ liegt auf dir drauf. Und wirbelt dich rum wie ein Sonntag auch. Und wie ich dann das erste Mal die Techniken gelernt habe, um aus der Side-Control rauszukommen, diese Erleichterung dann, als ich es immer wieder geschafft habe, da rauszukommen, aus dieser beschissenen Situation, das ist gar keine schmerzhafte Situation, aber einfach nur eine unangenehme, das habe ich immer wieder im Kopf, wenn ich denke, ich kann etwas nicht. Ich denke immer so, ich kann etwas nicht, aber dann kommt im Kopf, ich kann es noch nicht. Ich lerne das noch. Ich muss das noch, einfach nur die Technik finden, um das irgendwie hinzukriegen. Und so denke ich mit allem, was ich mache jetzt. Egal, welches Ziel ich mir setze, im Moment kann ich es vielleicht noch nicht, aber irgendwann werde ich es können. Bei mir im Training, ich habe dann auch später unterrichtet, meine Schüler, wenn die gesagt haben, ich kann nicht, zehn Liege stützen. Also alle. Alle müssen zehn Liege stützen machen, diesen Satz gibt es nicht. Es gibt noch nicht, darfst du sagen, aber das war es auch schon. Das ist auch so ein, Stigma, würde ich es sagen. Also ganz oft habe ich das auch, also ich bin auch selber so, dass ich sehr negativ, immer sehr negative Aussagen immer getroffen habe, vor allem über mich selbst. Ich kann nicht, ich werde nicht, ich werde nie und diese Sachen und so. Und gerade, wenn das dann eintrifft, weil das ist ja das, was ich ins Universum rausgeschrien habe, ich kann nicht, ich werde nicht, ich werde nie. und diese Sachen sind dann teilweise auch wahr geworden und das hat einen dann richtig fertig gemacht. Das ist auch so ein bisschen so die negative Bestätigung, die du dann bekommen hast und so weiter. Und aus diesem Strudel dann natürlich auch rauszukommen und zu sagen und so weiter, hey, es gibt eine Lösung für diese ganzen Probleme, da ist Kampfsport definitiv ein großer Faktor auch in meinem Leben, der mir geholfen hat, Sachen durchzustehen und Sachen von der anderen Perspektive zu beobachten und so weiter. Es gibt nicht nur den einen Weg, den ich sehe, sondern es gibt auch noch den da, hier tausend oben drüber, unten drunter und so weiter. Man muss halt nur versuchen, die Augen aufzumachen und das zu sehen. Mit der Profikarriere hast du dann aufgehört, weil du verloren hast oder einfach, weil du irgendwann das nicht mehr gespürt hast und Lust auf was anderes hattest? Naja, ich war mit dem Kopf dann schon beim Filme machen und wie gesagt, ich habe ja parallel dann auch immer vor der Kamera gestanden, dann irgendwann angefangen meine ersten Kurzfilme zu machen und dann habe ich dieses, ich wusste, das kann ich für immer machen. Das ist etwas, was nicht durchs Alter irgendwie beschränkt wird. Also habe ich mich schon ein Stück weit darauf konzentriert, habe aber parallel noch professionell gekämpft und das ist nicht gut. Also du kennst das selbst, wenn man nicht 100% dabei ist, sollte man nicht kämpfen. Das habe ich dann auch als Lehre bekommen und habe einen Kampf gehabt, wo ich nach 10 Sekunden K.O. geschlagen wurde und ich wusste so, alright, vielleicht sollte ich dann jetzt mal die Handschuhe an den Nagel hängen und das habe ich auch gemacht. Ist ein Zeichen und am Ende des Tages auch eine Entscheidung. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du halt diese Jobs halt bekommen hast, ob es jetzt als Statist war oder irgendwann halt eine eigene Rolle irgendwo zu bekommen und irgendwelchen Filmen oder sowas mitzumachen. Hast du da gemerkt, dass dir Schauspielerei selber Spaß macht oder wie kam es, dass du von vor der Kamera dir gesagt hast, nee, eigentlich ist hinter der Kamera schon irgendwie geiler? Also ich sage mal so, ich muss mal kurz ein bisschen ausholen. Kein Problem. Weil ich bin, ich habe eine wichtige, wichtige Sache vergessen. Also da muss ich, ja, ich wollte eigentlich heute keine Namen nennen, mache ich auch nicht, aber es hat mir jemand, ein guter Freund, auf jeden Fall eine DVD mal gegeben, als ich noch in der Ausbildung war. Und da hatte ich auch noch ein sehr stark negatives Mindset. Also die Welt ist scheiße, aber man muss sich halt durchkämpfen, so in der Art. Und dann war die Welt auch scheiße. Um mich herum war die Welt kacke, so wie ich halt gedacht habe. Und er hat mir eine DVD gegeben, The Secret. Kennst du vielleicht, vielleicht kennst du das Buch oder den Film. Ich habe halt den Film, Gott sei Dank, hat er mir den Film und nicht das Buch gegeben, sonst würde ich wahrscheinlich heute nicht hier sitzen. Und er meinte auch so, ey, die DVD ist super cheesy, es ist wie so eine Time-Live-Werbung oder so. Oh Gott, Time-Live-Werbung kennt auch keiner mehr, egal. Auf jeden Fall so eine Promo-Werbung, das wirkt erst sehr komisch, aber guck es dir mal an. Und dann habe ich mir das Ding das erste Mal angeschaut, so nach 20 Minuten ausgeschaltet und dachte, what the fuck, was ist das? Die labern die ganze Zeit von Selbstaffirmationen und so manifestieren und so. Und ich habe halt erst mal so, da habe ich es irgendwann zum Schlafen nochmal angemacht, einfach nur so. Ich dachte, die ruhigen Stimmen und so. Und dann habe ich mir doch, hat es mich gecatcht und ich habe das ganze Ding angeschaut. Und dann dachte ich so am nächsten Tag, okay, da geht es um die Macht der Anziehung. Alles, was du denkst, ziehst du an. Und das erst mal zu verinnerlichen, ging noch nicht, aber ich wollte es ausprobieren. Ich dachte so, okay, dann denke ich jetzt einfach mal an ein kleines Ziel. Ich will das und das erreichen. Und ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es hat funktioniert. Relativ schnell. Und so, das waren so die ersten Schritte, wo ich dann auch zum Kampfsport gefunden habe und dann auch dachte so, was will ich denn überhaupt in meinem Leben? Braucht erst mal ein Ziel überhaupt? Ich hatte ja gar keins. Ich mache jetzt mal die Ausbildung, weil das war gerade die, die gerade da war. Aber was will ich denn in zehn Jahren machen? Wo will ich denn sein? Und dann dachte ich so, was wollte ich als Kind immer? Kampfsport und Film. Also Kampfsportfilme haben mich immer interessiert, aber Film hat mich auch sehr interessiert. Naja, und nachdem ich dann eben diese Kampfsportgeschichte einmal durchgezogen hatte, war ich dann am Überlegen, okay, was mache ich als nächstes? Und nachdem ich öfter schon vor der Kamera war, habe ich gemerkt, so, ich hätte so Bock selber einen Film zu machen und eine Marionette für jemand anderes zu sein, ist halt irgendwie wack. Und die Filme waren auch total wack. Wo ich immer mitgespielt habe. Deutsche Produktion. Also sorry Leute, falls jetzt ein paar Regisseure dazuschauen, so meine ich es jetzt nicht, aber es ist, ich respektiere jeden, der es schafft, einen Film fertigzustellen. Das ist super anstrengend und wirklich Hardcore-Arbeit. Aber es waren halt keine Filme, die mir so wirklich gefallen haben. Und ich dachte, ich muss halt was Eigenes machen. War das so der Gedanke so, hey, das ist cool, aber ich könnte es besser als ihr? Ja, oder ich hätte, was heißt besser, also das ist ja immer Geschmackssache, das am Ende des Tages. Aber ich wusste, ich habe viele Geschichten zu erzählen, nicht weil ich inspiriert durch andere Filme bin, sondern weil ich inspiriert von dem Leben bin, das ich geführt habe. Das heißt, ich habe eine andere Motivation, um Filme zu erzählen. Die meisten, wenn man Regisseure fragt, was hat dich zum Filmemachen gebracht, dann sagen die, ja, ich habe das Making-of von Jurassic Park gesehen, ja, ich habe, was weiß ich, irgendeinen Avatar gesehen, jetzt die jüngeren Regisseure, also ich habe Avatar gesehen und da wollte ich auch wissen, wie man das Ganze macht und dann habe ich angefangen, Filme zu machen. Bei mir war es immer so, hey, mein Leben war ein Film, Alter, ich muss das irgendwie auf Papier bringen und ich muss Teile davon veröffentlichen und das mache ich auch bis heute noch. Also auch wenn ich jetzt einen historischen Film drehe oder sonst irgendwas versuche, ich Dinge, die ich erlebt habe, damit einzubauen, halt in einem anderen Kostüm dann quasi. Auch um so ein bisschen damit abzuschließen vielleicht? Das ist Therapie. Es ist safe eine Therapie vor mir. Also man, es ist eine Form von Verwirklichung, aber auch eine Sache von Verarbeitung. Also abschließend ist, weiß ich nicht, aber verarbeiten auf jeden Fall. Ja, wir verarbeiten ja alle auf unsere Art und Weise bestimmte Dinge. Der eine anders als der andere. Was ich gerade sehr interessant finde, das jetzt, wo du es gerade erzählt hast, das mit The Secret, Conor McGregor. Conor McGregor hat das Buch The Secret von seiner Schwester geschenkt bekommen. Das sagt er in einem Interview. Hat dieses Buch gelesen und hat angefangen, sich zu denken, hey, ich wünsche mir, dass die Parklücke jetzt dort frei ist. Und er erzählt so, hey, manchmal hat es geklappt, manchmal hat es nicht geklappt. Aber er meinte, in einem Interview damals, wo er noch erfolgreich, also wo er noch erfolgreicher Kämpfer war, meinte er, das Buch The Secret hat ihn dahin gebracht, wo er heute ist. Deswegen finde ich das sehr interessant und abgefahren. Ich habe das Buch tatsächlich selber noch nie gelesen. Ich habe immer nur das Cover irgendwo immer gesehen. aber scheint ja was dran zu sein. Wenn selbst jemand wie Conor das sagt und du jetzt auch gerade um die Ecke damit kommst und dieses Buch oder generell die Gedanken, die dort vermittelt wurden, dein Leben verändert haben. Nun, wie ist das? Man wird doch nicht einfach Regisseur. Oder kann ich das einfach Regisseur werden und sagen, okay, ich mache jetzt einen Film? Kannst du ja. Das Schöne ist heutzutage, jeder hat ein Handy in der Tasche mit einer Kamera, die relativ okay aussieht. Man kann kleine Sachen damit anfangen, sobald du anfängst, irgendwas zu filmen und Regie zu führen, bist du Regisseur. Da gibt es keinen Begriff dafür. Natürlich professioneller Regisseur heißt, du wirst dafür bezahlt. Das ist wie beim Kämpfen auch. Du kannst Kämpfer sein, aber du kannst auch Profikämpfer sein, der dann irgendwann bezahlt wird dafür. Und sobald du anfängst, bezahlt zu werden dafür, dann kannst du auch auf bestimmten Portalen dich als Regisseur quasi anbieten, wo du jetzt so das nicht machen könntest. Bei mir ist es ja so, ich habe jetzt auch zehn Jahre lang viele Kurzfilme gemacht, mittellange Spielfilme gemacht. Ich habe auch mal eine Reality-Serie als Story-Producer mal mitgemacht, also auch MMA-Serie. Ich habe sehr viele in verschiedenen Bereichen erstmal trainiert, quasi, und bin jetzt erst dabei, meine erste Serie zu konzipieren, gerade mit einer großen Firma. Ah, kann ich sagen, mit Senator. Also Wild Bunch, Senator, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber sehr, sehr viele gute Filme, eine sehr renommierte Firma. Durch eine gute Freundin dahin vermittelt worden und mit denen arbeite ich gerade an meiner Serie. Und parallel schreibe ich noch einen Spielfilm und bin aber auch noch am Co-Produzieren bei Indie-Filmen auch noch mit dabei, aber dieses Indie-Level trotzdem noch Liebe ist. Wie wenn man als Profi-Kämpfer auch noch Ab und zu mal auf dem Grappling-Turnier mitmacht und so. Ja, irgendwie die Passion. Passionssachen, die nicht nur wegen Geld, wie man wegen Geld macht oder so, sondern hauptsächlich wegen was. Hast du dein Leben jetzt komplett darauf ausgerichtet? Ja. Ich habe 2020, dummerweise, oder ich weiß nicht, ob es dummerweise war, aber ich habe meinen Job an den Nagel hängt. Ich habe parallel zu dem Ganzen, oh mein Gott, ich bin so ein richtiger ADHSler, ich habe so viele Sachen gemacht. Ich habe auch noch knapp zehn Jahre an einer Schule gearbeitet und an dieser Schule habe ich mit Kampfsport tatsächlich angefangen. Also ich glaube, du machst das auch. Ich mache gerade, ja, klar. Ja, so Jugendarbeit für Leute, um Leute von der Straße zu holen und so weiter. Sowas habe ich auch gemacht. Habe damit angefangen, habe Betreuung gemacht und dann kam es irgendwann an einem Tag dazu, dass es zu heiß war, um zu trainieren. Die Kids haben dann gesagt so, wir haben keinen Bock zu trainieren, wir wollen chillen. Und ich dann überlegt, wie kann ich die motivieren? Habe dann mein, mein erstes Kamerahandy oder so, das war ein Nokia, noch so ein Ding, rausgeholt und habe gemeint, so passt auf, wir machen Rush Hour 4. Wir machen einfach zum Spaß so ein paar Comedy-Szenen, halt so eine Parodie daraus. Und da habe ich das erste Mal tatsächlich was gefilmt und dann zusammengeschnitten. So hat es angefangen mit dem Film. Also wurde meine Kampfsport-AG dann auch zu einer Film-AG über die Jahre hinweg. Ach, abgefahren. Also meine private Laufbahn halt auch. Und dann habe ich mit den Kids am Ende auch nur noch so, also Filme, habe denen gezeigt, wie man Drehbücher schreibt, wie man Filme macht und so weiter mit ein paar Kollegen zusammen. Das ist krass. Hattest du, ich will nicht immer darauf rumreiten so, aber es ist trotzdem wichtig so. Ich frage, es geht ja um mich. Hattest du trotzdem in der Regisseurbranche Probleme aufgrund deiner Hautfarbe? Das ist halt schwer zu beurteilen, weil, wie du es auch schon gesagt hast, man weiß manchmal nicht, liegt es daran oder nicht. Jetzt ist fast das Gegenteil gerade. Jetzt ist gerade fast schon so ein bisschen wir nehmen dich, weil du schwarz bist. Ja, das habe ich auch. Und das ist, hat auch so einen bitteren Beigeschmack so. Weil das ist das, was ich nie wollte. Ich will nicht wegen meiner Hautfarbe genommen werden, sondern ich will genommen werden, weil ich gute Filme mache oder gute Sachen schreibe. Aber natürlich ist man dann natürlich manchmal auch so ein bisschen in der Versuchung da mit rein zu wollen, so in diesen Strudel, weil es ist sehr, sehr schwer in die Branche. reinzukommen. Also es ist wie UFC, muss man sich vorstellen. Das dauert sehr, sehr lange, bis man dort ankommt, wo man hinfährt. Ja klar, du sagst ja gerade zehn Jahre lang, bis du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Ja, ich habe nicht studiert. Das ist auch nochmal so ein Ding in Deutschland. Natürlich, wenn du studiert bist an einer guten Hochschule, hast du eine ganz andere Connection, bist viel schneller integriert in diese Branche. Aber so ist erst mal so eine dicke Mauer und du kommst so quasi als ehemaliges Straßenkind so und willst da irgendwie so jetzt in dieser Branche mitmischen. Das ist schon erst mal so, nee, nee. Viele Gatekeeper da so und die musst du erst mal überzeugen. Und dann musst du halt Aufmerksamkeit erregen irgendwie durchs Internet oder was weiß ich, durch irgendeinen coolen Film und dann so langsam fangen dann halt die Produzenten an, so ein Auge auf dich zu werfen. Weil natürlich, die wissen schon, dass man eine eigene Stimme mitbringt. Und wenn man die Sachen echt erlebt hat, ist es was anderes, wie wenn jetzt jemand, der in, was weiß ich, wo aufgewachsen ist in einem guten Elternhaus, dann anfängt, irgendwelche Ghetto-Filme zu schreiben. Das ist halt nicht authentisch. Ist meistens nicht authentisch und meistens auch weg. Nicht, dass sie es nicht könnten, es gibt bestimmt auch Leute, also gibt es auch Leute, die, so vier Blocks zum Beispiel ist auch von drei Leuten geschrieben worden, die sicherlich nicht von der Straße sind. Sorry, kein Desrespekt, auch hier an der Stelle. Aber haben es trotzdem ganz gut hinbekommen, sehr gut recherchiert haben, weil die Schauspieler mitgewirkt haben, weil sie die Schauspieler auch teilweise von der Straße geholt haben und dann gefragt haben, na wie ist das denn so? Gut recherchiert, dann kann man auch, muss auch kein Astronaut sein, um Astronautenfilme zu schreiben. Richtig, natürlich, aber man muss halt Recherche machen und so weiter, so wie bei vielen anderen auch. Wenn du einen Kampf hast gegen irgendjemanden, der gut ist, musst du eine Recherche machen, wo kommt der Typ her, was kann der, weil wenn du blind in den Kampf reingehst, kann das ganze Ding halt nach hinten losgehen. Auf jeden Fall. Wesley, wir sind schon fast am Ende angekommen. Okay, das ging so schnell. Ja, ich versuche ja die Folgen immer so bei ungefähr einer Stunde zu halten, immer so ein paar Minuten drüber und so weiter. Einfach, weil ich mir denke, so okay, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch drei Stunden miteinander weiterquatschen. dennoch finde ich, hast du schon viele Dinge gesagt und viele Sachen preisgegeben über dich und dein Leben, die anderen Leuten vielleicht eine Hilfe sein können. Denn das ist es, was ich versuche, mit diesem Podcast hier zu schaffen, halt nicht nur mit interessanten Menschen zu sprechen, sondern auch mit Leuten über ihre Geschichte zu sprechen, die Dinge erlebt haben oder Dinge mental auch durchmachen mussten und anderen Leuten gleichzeitig hat aber auch eine Stütze sein können oder sein wollen, wie du es ja bei deiner Familie zum Beispiel auch bist, aus ihren Erfahrungen heraus, Leuten ein positives Bild halt zu sein. Eine Sache, die ich am Ende meines Podcasts immer ganz gerne mache, ist, meinen Gast eine Frage zu stellen und zwar wird deine folgende Frage sein, wenn du alle Weisheiten, die du in deinem Leben bekommen hast, mal kurz Revue-Passion lässt, welche Weisheit wäre es, die dir jetzt einfallen würde, die du jemand anders auf den Weg geben wollen würdest? Egal, wie die Umstände sind, egal, woher du kommst, egal, wie du aussiehst, egal, welches Schicksal du in deinem Leben gehabt hast, du kannst alles erreichen, was du willst. Wenn du fest daran glaubst, wenn du an dich glaubst, wenn du arbeitest, an dir arbeitest, dann kannst du es erreichen. 100.000 Prozent. Davon bin ich absolut überzeugt. Und das wünsche ich auch jedem da draußen, gerade jetzt zum Neujahr, wenn ich das noch kurz anhängen darf. Auf jeden Fall. Ich sag's mal in die Kamera, ich sag's mal in die Kamera, ja? Feel free, Bro. Feel free. Leute, nutzt nicht nur dieses Jahr, sondern nutzt den Rest eures Lebens, um das aus eurem Leben zu machen, was ihr machen wollt. Denn ihr könnt, wie ich schon gesagt habe, alles erreichen. Und das einfach nur kontinuierlich dranbleiben. Den Erfolg wünsche ich natürlich auch dir. Und ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Ey, vielen, vielen Dank, dass du dir den weiten Weg hierher gemacht hast, um mit mir diese, ja, knappe Stunde mit mir zu sprechen. Und vor allem auch vielen Dank für deine Ehrlichkeit und Offenheit. Bin ich dir sehr dankbar für. Und ich hoffe, wie gesagt, dass der ein oder andere den Podcast sieht und was da rausziehen kann und sich sagen kann, so wow, okay. Erste Sache, die ihr alle auf jeden Fall machen könnt, ist Wesley zu folgen. Wie gesagt, alle Sachen werde ich auf jeden Fall unter dem Kanal markieren, auf Instagram sowieso. Folgt dem Kanal, aktiviert die Glocke, kommentiert, teilt, was das Zeug hält. Vielen Dank bis hierhin zum Zuschauen. Ich hoffe, das Format macht euch Spaß. Wie gesagt, ich versuche, mit eurer Kritik zu arbeiten. Deswegen seid nicht scheu davor, ein bisschen was unter die Videos runterzuschreiben. Und das Schlusswort übergebe ich dir. Du machst einen guten Job. Ich danke dir, dass ich da sein darf. Vielen Dank, Bro. Danke auch an Milo. Vielen Dank an Emil, den Kameramann. Ansonsten Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, nehmt euch die Dinge zu Herzen und bis zur nächsten Folge. 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 Und bis zur nächsten Folge.